Huch! Gotik! Der Podcast mit Mario und Benni. Über das gar nicht so fünstere Mittelalter. Herzlich Willkommen! Hallo liebe Menschen. Mario und ich haben ja in der Vergangenheit oft genug erzählt, dass wir nicht mit der historischen Darstellung in Museen und Mittelalterdörfern und mit wissenschaftlichem Vermittlungsanspruch angefangen haben in diesem Hobby, sondern dass wir, wie die allermeisten, die dieses Hobby machen, mit Mittelaltermärkten angefangen haben. Als Besucher und danach irgendwann mit einer eigenen Heerlagergruppe und auch bis heute, obwohl wir regelmäßig in Museen darstellen und durchaus einen wissenschaftlichen Anspruch verfolgen, besuchen wir Mittelaltermärkte immer noch gerne als Besucher und nehmen auch immer noch gerne als aktiver Teil, als aktives Lager an Mittelaltermärkten teil. Und ja, in dem Zusammenhang sind wir auf die Idee gekommen, dass wir euch hier heute einfach einmal erzählen möchten, wie denn so unser perfekter Mittelaltermarkt aussähe. Wir haben ja in der Vergangenheit schon mal eine Folge gemacht zu unserem perfekten Freilichtmuseum und dachten uns, jetzt kommt mal so das Gegenstück dazu. Unser perfekter Mittelaltermarkt, wenn Geld keine Rolle spielen würde, wenn wir stinkreiche Milliardäre wären und einfach aus Jux und Dollerei einen Mittelaltermarkt organisieren würden. Wie würde der aussehen? Es soll dementsprechend auch überhaupt keine Kritik sein an heutigen Mittelaltermarktorganisatoren. Wir sind beide lang genug in der Szene und kennen genug Mittelaltermarktorganisatoren persönlich, um zu wissen, was für Nöte und Zwänge finanzieller und organisatorischer Art da oft hinterstehen, warum manche Dinge so sind, wie sie sind. Und das soll bitte nicht als Gemecker verstanden werden, sondern einfach nur als, wenn wir es uns völlig frei aussuchen könnten, wie sowas aussieht, wie würden wir das organisieren? Und wie gehen wir dabei vor? Naja, zum einen sprechen wir wirklich mal darüber, wie für uns der perfekte kommerzielle Mittelaltermarkt im Sinne eines Volksfestes, kommerziellen Volksfestes mit Mittelalterthema aussehen würde. Wir werden aber auch im Laufe der Zeit so ein kleines bisschen darauf eingehen, wie man vielleicht, aber wirklich kleiner Anteil, wie man vielleicht eben diesen Volksfestcharakter mit Darstellung, mit Vermittlung oder sowas kombinieren kann. Ja, aber der Hauptfokus liegt bei diesem Podcast, bei dieser Folge jetzt wirklich darauf, wie sieht für uns der perfekte Mittelaltermarkt, sprich Volksfest mit mittelalterlichem Charakter, kommerziell aus. Genau das. Es soll hier nicht darum gehen, wie kriegen wir Mittelaltermärkte authentischer, wie machen wir aus einem Mittelaltermarkt eine Living History Museumsveranstaltung, sondern wir akzeptieren hier völlig, ein Mittelaltermarkt ist ein Volksfest, wo sich, ja, diese, man kann glaube ich durchaus sagen, Subkultur trifft, die aus der Mittelalterszene heraus inzwischen gewachsen ist. Und wo man einfach Spaß in einer mittelalterlich angelehnten Fantasy-Atmosphäre hat. Das ist voll cool. Wir haben ja durchaus auch einen Podcast, eine Folge schon gemacht zu dem Thema Mittelalter machen nicht ein Hobby, sondern viele. Das heißt also auch darin ging es ja eben um dieses Thema, dass es gar nicht schlimm ist, was anderes zu machen. Es ist halt eben ein anderes Hobby und deshalb passt Subkultur, finde ich, an der Stelle durchaus gut. Ja, um mal so ein bisschen dieser Vorstellung schon ganz am Anfang die Zähne zu ziehen von die bösen A-Päpste, die meckern immer, wenn irgendwo Fantasy gemacht wird, die wollen, dass alles nur genau so ist, wie es im Mittelalter war. Ja, nein, das Einzige, was wir als Kritikpunkt haben, ist, dass halt die Dinge bitte korrekt als das bezeichnet werden sollen, was sie sind. Solange sich da niemand vor Publikum hinstellt, wie es leider oft genug passiert und die Fantasy-Klamotten, die man trägt als, ja, ich stelle hier einen Wikinger um 950 aus Norwegen dar. Sehen Sie, so waren die Leute früher angezogen und das aus diesen Gründen und so sah die Rüstung aus oder irgendwelche moderne Esoterik als mittelalterlich verkauft oder am besten noch irgendwelche Geschichtsbilder, die aus nicht ganz so guten politischen Ecken ursprünglich mal kamen. Sondern solange man sich da hinstellt und auch dem Publikum gegenüber ganz offen sagt, ob das alles genauso ist wie früher, keine Ahnung, ist mir ehrlich gesagt auch ziemlich egal. Uns geht es hier darum, einfach nur eine schöne Atmosphäre für ein Wochenende zu machen und ein bisschen abzutauchen. Und auch hier sei nochmal auf eine unserer ersten Folgen verwiesen, nämlich die Frage, wie authentisch darf es denn sein? Da sind wir nämlich auch genau auf diesen Punkt eingegangen, nämlich das Thema, was wir vielleicht vorneweg geschickt bei einem Mittelaltermarkt, bei unserem perfekten Mittelaltermarkt hätten, wäre einfach das Thema Ehrlichkeit. Was ich persönlich bei ganz, also Benno wird es vielleicht bestätigen können, bei ganz vielen Gruppen auf existierenden Mittelaltermärkten erlebe, ist, dass sie von historischer Ungenauigkeit oder Dingen, die nicht historisch korrekt sind, mal abgesehen, oft durchaus historisch korrekte Dinge haben oder historisch korrekte Dinge erzählen können. So, nicht immer, aber oft. Und deshalb ist es aus meiner Sicht vollkommen legitim zu sagen, darüber weiß ich etwas. Dann kann ich das eben auch ehrlich so betiteln. Da weiß ich aus den und den Büchern und so weiter. Und da weiß ich es eben nicht. Und das ist das, was Benno gerade eben angesprochen hat. Da, wo ich es nicht weiß, da werde ich, Mario, auch immer ehrlich zu sagen, weiß ich nicht, keine Ahnung. Und das ist diese Ehrlichkeit, die wir gerne hätten. Oder auch einfach, dass man ganz direkt sagt, wenn man sich da überhaupt nicht für interessiert. Keine Ahnung, ist mir egal. Ich, ganz ehrlich, ich will hier ein Wochenende mit einem Schwert am Gürtel und einem Umhang um die Schultern an einem Lagerfeuer sitzen und mich cool fühlen. Und das ist völlig legitim. Es gibt genug Leute aus der großen A-Szene, die nebenbei LARP machen oder Cosplay oder sonst irgendwas. Und das ist völlig in Ordnung. Das ist nicht im Ansatz irgendwie minderwertig. Ich arbeite an einem Cosplay zur Gothic-Spielereihe. Ich habe den Schnitt für eine Robe für einen Feuermagier hier liegen. Und die wird irgendwann mal auf Mittelalter-Märkten getragen. Also voll cool. Aber wie Mario gerade schon sagt, Ehrlichkeit bitte. Das gilt sowohl für einzelne Lagergruppen als auch für Veranstalter als Ganzes. Wie immer, wenn wir was Positives anführen, nennen wir Namen. Wenn wir was Negatives anführen, tun wir das nicht. Es gab in der Vergangenheit Marktveranstalter, die sich so mit dem klassischen Marktmittelalter-Programm Schulen angeboten haben. Dass da Schulklassen drüber gehen sollen, während die Mittelalter im Geschichtsunterricht durchnehmen. Um auf dem Markt mal was übers Mittelalter zu lernen. Und das halt nicht cool. Oder ein Mittelalter-Marktveranstalter, der in einer Schule seinen Krempel aufgebaut hat und dann Leute gesucht hat. Oh, gibt's noch Hexen und Seherinnen, die den Kindern erzählen können, wie damals die weisen Frauen das geheime Wissen der Germanen bewahrt haben, bevor sie von der Kirche ausgelöscht wurden. Spoiler, das ist kompletter Pseudo-historischer Blödsinn. Sowas bitte nicht. Das ist dann der Moment, wo Kritik angebracht ist. Aber ja, wir wollen uns nicht im Negativen aufhalten. Das sei nur ganz am Anfang einmal als Disclaimer beiseite gestellt. Solange das alles ehrlich beworben wird, cool. Ja, dann kommen wir doch einfach mal zu den rein organisatorischen Sachen, wenn wir vielleicht damit anfangen wollen. Was wäre bei unserem perfekten Mittelalter-Markt so? Und ein für mich ganz, ganz großes Thema ist das Thema Barrierefreiheit. Das heißt also, unser perfekter Mittelalter-Markt hat Wege, alleine Wege schon, die auch von Rollstuhlfahrern und insgesamt Personen mit Gehfähigkeitseinschränkungen ganz selbstverständlich natürlich auch benutzt werden können. und niemand überlegen muss, biege ich jetzt hier links ab oder geht es da vorne gleich nicht weiter, weil ich dann irgendwie mitten auf der Wiese stehe oder auf einem Schotterfeld, wo ich mit meinem Rolli nicht vorwärts komme. Oder wo ich nur fünf Stufen runter weiterkomme. Das ist aber tatsächlich was, wo ich tatsächlich lobend sagen muss, das ist in den letzten Jahren bedeutend besser geworden. Solange die Veranstaltung jetzt nicht irgendwo auf einer Höhenburg stattfindet, wo das halt nicht anders machbar ist, hat die Barrierefreiheit auf den Veranstaltungen, die Biene und ich schon seit Jahren besuchen, deutlich zugenommen. Man macht sich da mehr und mehr Gedanken drüber. Oder es sind Veranstaltungen, wo es schon immer so war. Also um ein Positivbeispiel, was Barrierefreiheit angeht, zum Beispiel zu nennen, ist, dass der Sündenfreimarkt in Herne strünkelte. So, da kann man ziemlich problemlos, jetzt sitze ich persönlich nicht im Rollstuhl und kann das nicht ganz abschließend beurteilen, deshalb bitte meine Aussage mit ein bisschen Skepsis natürlich betrachten. Aber aus dem, was ich wahrnehme, ziemlich problemlos entsprechend über diesen Mittelaltermarkt gehen, fahren, rollen, was auch immer. Weil also das, was ... Also die einzige Einschränkung, die mir jetzt gerade spontan einfällt, ist, dass wenn man auf Toilette möchte, ist man darauf angewiesen, in das dazugehörige kleine Burgmuseum zu gehen, weil die Toilettenwagen haben Treppenstufen. So, aber die Toilette vom Burgmuseum, da kommt man barrierefrei hin mit Fahrstuhl in die jeweilige Etage und da gibt es sogar ein eigenes Behinderten-WC und so weiter und so fort. Genau. Also von daher, das wäre jetzt mal so die einzige Einschränkung, die mir spontan einfällt zu der Veranstaltung, weil alles andere ist ebenerdig und maximal so leichter Kies, wo man aber, wo ich auch schon regelmäßig Rollifahrer locker habe drüber fahren sehen. Also sehr entspannt. Und die Lager stehen dann halt eben auf der Wiese. Ja, da haben wir eine gewisse Einschränkung und die ist, glaube ich, bei Mittelaltermärkten in dem Moment, wo wir mit Zelten arbeiten, einfach naturgegeben leider da, weil die Zelte halt eben nicht so aufgebaut werden können, dass dazwischen befestigte Wege halt entsprechend sind. Aber grundsätzlich, man kann entspannt, und das wäre bei unserem perfekten Mittelaltermarkt so, man kann entspannt an der Veranstaltung teilnehmen, ohne sich alle fünf Meter Gedanken darüber machen zu müssen, komme ich jetzt gleich hier noch weiter oder kann ich umdrehen. Ein weiterer Punkt, du hast es gerade schon kurz mal angesprochen, ist die Toilettensituation. Wenn man einen Ort hat, wo es gescheite, moderne, fest eingebaute Toiletten gibt, zum Beispiel, weil man eine Burg mittendrin hat, die moderne Toiletten eingebaut hat, das ist natürlich optimal. Ein gescheit gepflegter Toilettenwagen, idealerweise einer von denen, der etwas größere Kabinen hat und nicht versucht, möglichst viele auf möglichst kleinen Raum zu zwängen, im Zweifelsfall gibt es dann mal zwei, drei von diesen Wagen und man gibt ein bisschen mehr Geld dafür aus, ist noch besser. Ich bin dankbar für jeden Mittelaltermarkt, der es schafft, ohne Dixies auszukommen. Mir ist voll klar, dass das nicht immer geht, gerade wenn man irgendwo im Nichts ist und wenn man irgendein kleiner lokaler Veranstalter ist, der nicht das Geld dafür hat, drei, vier von diesen Toilettenwagen anzuheuern. Aber es ist für mich immer ein gewaltiges Plus, wenn sowas da ist. Und natürlich das ganze große Thema Behindertentoiletten, bitte in ausreichender Menge, verglichen damit, wie viele Darsteller da sind, beziehungsweise wie viele Besucher kommen. Ja, was kann man noch gut als Beispiel nehmen, was uns sehr wichtig wäre? Auch hier, das ist bitte wieder nicht als Vorwurf zu verstehen, aber ich mache das Hobby jetzt seit über 20 Jahren und ich erinnere mich an Zeiten, da haben Lagergruppen von Veranstaltern Gage bekommen dafür, dass sie aufgebaut haben. Mir ist bewusst, dass die Zeiten sich geändert haben, dass auch die wirtschaftlichen Bedingungen sich geändert haben. Wir haben seitdem eine große Weltwirtschaftskrise durchgemacht und aktuell Covid hat der Weltwirtschaft auch nicht gut getan. Wir sind mitten in einer Phase der Inflation. Ich verlange nicht, dass Veranstalter Lagergruppen bezahlen. Aber wenn ein Veranstalter ernsthaft auf die Idee kommt, dass ich als Lagergruppe für den Zeltstellplatz bezahlen soll, das ist für mich ein knallharter Ausschlussgrund. Nochmal, ich verstehe es. Ich verstehe auch vollkommen, dass Lagergruppen nicht zwingend Geld dafür bekommen, wenn sie irgendwo aufbauen. Das ist cool. Das hatten wir auch schon mal auf Veranstaltungen, dass wir nur, weil wir da aufgebaut haben, Geld dafür bekommen. Und mir ist aber völlig klar, dass das nicht zwingend so ist. Aber in dem Moment, wo ich als Lagergruppe für die zwei aus meiner Sicht essentiellen Dinge bezahlen muss, das eine ist Holz, das andere ist die Toilette, bin ich raus. Das sowieso. Teilweise hast du Veranstalter, die die ernsthafte Standgebühr fürs Lager einfach nehmen. Dafür, dass du da campst. Und das ist so der Punkt. Nee, Entschuldigung. Aber ja, dann noch für Holz- und Toilettenbenutzung Geld zu verlangen ist, ja. Genau. Ich verstehe, warum es Veranstalter gibt, die inzwischen eine Kaution von ihren Lagergruppen nehmen. Wäre für mich wieder ein Ausschlussgrund, weil ich einfach genug die Möglichkeit habe, auszuweichen zu Veranstaltern, die es nicht tun. Aber ich verstehe es aus der Veranstaltersicht. Ich habe bei genug Veranstaltungen erlebt, wie Lagergruppen teilweise den Platz zurückgelassen haben. Auf einem Markt, wo wir regelmäßig waren, hatten wir das ständige Problem, dass Leute ihre, naja, Sonntagabend ist Abbau, und dann nicht gewartet haben, bis die Feuerschale komplett abgekühlt ist und die Feuerstelle komplett abgekühlt ist, sondern ihre noch glühende Asche und ihre noch glühenden Holzreste irgendwo in Gebüsch entsorgt haben. Der Veranstalter hat jedes Jahr damit begonnen, aufzuzählen, was er im letzten Jahr am Sonntagabend an kleineren und größeren Buschbränden löschen musste. Und manche haben es einfach nicht kapiert. Von daher, ich kann es verstehen. Ich sehe es so ein klein bisschen differenziert. Ich kann es verstehen, und es wäre für mich nicht zwingend ein Ausschlussgrund, wenn es eine Kaution gibt, die man vor der Veranstaltung zahlt und direkt mit Abbau und Kontrolle des Lagerplatzes durch die Orga wiederbekommt. Und ich bin völlig raus, wenn man die quasi am Anfang der Saison zahlt und irgendwann vielleicht möglicherweise hoffentlich am Ende der Saison wiederbekommt und also mit Anmeldung quasi zahlt und vielleicht irgendwie vier Wochen, zwei Monate, drei Monate nach Veranstaltung vielleicht zurückbekommt und das von Anfang an so kommuniziert wird und möglicherweise auch mein Abbauplatz nicht kontrolliert wird, dann bin ich völlig raus, weil ein zinsloses Darlehen, von dem ich noch nicht mal weiß, ob ich es zurückgezahlt bekomme, das bin ich nicht bereit zu geben. Es gibt da so Veranstalter, die wir hier nicht namentlich nennen wollen, damit sie nicht gießgrämig werden, die durchaus bekannt dafür sind, dass man gelegentlich mal zwei, drei Jahre der Kaution nachlaufen muss. Das ist unschön. Ähm, ja, Thema Feuerholz. Um Himmels Willen, bitte packt kein klatschnasses, quasi frisch grüngeschlagenes Feuerholz dahin für die Leute. Ich habe Feuerholz aufs Feuer gelegt, wo man sah, wie das Wasser aus der Schnittkante der Scheite gekocht ist. Wir haben Feuerholz schon trocken gegrillt. Wir haben Grillkohle mitgehabt, weil wir es vorher wussten, dass das bei dieser Veranstaltung immer ein Problem ist und haben Grillkohle angezündet, ein Grillrost drüber gehangen und unser Feuerholz auf dem Grillrost getrocknet. Das brennt danach immer noch nicht gut, aber ja. Ich glaube, ihr macht das mittlerweile einfach so, dass ihr das Feuerholz, was ihr vom Veranstalter bekommt, quasi nehmt, nicht benutzt, stattdessen eigenes Feuerholz quasi mitbringt, das verwendet und das Holz, das ihr vom Veranstalter bekommen habt, nach Hause mitnehmt, einlagert und im nächsten Jahr mitnehmt. Genau, ja, also bei der nächsten Veranstaltung zumindest. Also wir bringen immer Feuerholz mit zur Veranstaltung und nehmen im Endeffekt das, was wir verbraucht haben, füllen wir mit Feuerholz des Veranstalters wieder auf und nehmen das wieder mit. Damit haben wir dann zumindest ein paar Wochen Lagerzeit. Und das hat sich sehr, sehr bewährt, also zu sagen, wir bringen Feuerholz mit, nicht im Sinne von, wir spendieren der Veranstaltung das Feuerholz, sondern wir bringen Feuerholz mit und nehmen dieselbe Menge quasi wieder mit, so Pi mal Daumen. Meistens wird es im Laufe der Jahre ist es irgendwie immer ein bisschen weniger geworden, was wir wieder mitgenommen haben, aber alles gut. Und das hat sich sehr bewährt, weil wir damit halt einfach immer Holz haben, auf das wir uns ziemlich verlassen können. Und dieses ganze Thema mit, das ist doch noch ein bisschen zu frisch oder lag doch die letzten Wochen im Wasser und so, haben wir halt damit nicht. Genau, richtig. So machen wir das. Ja, eng damit verwandt auch wieder so ein Ich verstehe, warum es nicht so ist, aber auf unserem idealen Mittelaltermarkt wäre es so. Ich verstehe immer noch, wir sind in einer Zeit der Inflation, das Geld sitzt bei allen knapper, aber als ich das Hobby angefangen habe, war es noch selbstverständlich, dass man als Lagergruppe Stroh vom Veranstalter bekommen hat, um damit Strohsäcke oder sonst was auszustopfen. Oder wenn es geschüttet hat, wie aus Kübeln, dass man damit die schlimmsten Schlampfützen ein bisschen binden konnte. Und das war cool und das war toll. Wo wir bei unserem perfekten Mittelaltermarkt sind, bei dem wir jetzt ja so ein bisschen träumen dürfen. Wir hatten vor Jahren Veranstaltungen, also einen Mittelaltermarkt, da gab es jedes Jahr Lebensmittel für die Lager. Und das ist super spannend. Ich verstehe auch da wieder, warum das mit Corona und allen wirtschaftlichen Einbußen, die damit einhergegangen sind, inzwischen nicht mehr so ist. Aber es war einfach mega cool aus mehrerlei Gründen. Zum einen das Finanzielle. Ich meine, wir freuen uns durchaus, wenn wir keine Lebensmittel kaufen müssen. Zum zweiten die Lagerung. Das heißt, es wurde jeden Morgen frisch wurden die Lebensmittel für den Tag verteilt. Das war der zweite Punkt. Wir brauchten uns keine Gedanken darüber machen, wie wir von Donnerstags bis Sonntags oder wie auch immer irgendwie Fleisch kühl gehalten gekriegt haben, weil wir haben es halt erst am Sonntag oder sowas halt eben gekriegt. Wirklich cool. Wirklich super. Und der dritte Punkt war für uns total spannend und ich behaupte auch durchaus, dadurch, dass es an der anderen Stelle dem Besucher kommuniziert wurde, auch für den total spannend, weil alle Lager hatten mehr oder weniger dieselben Lebensmittel. Und dann, wenn es ums Essen ging oder auch beim Kochen schon, an den Lagern vorbeizugehen und zu gucken, dann gibt es Hähnchen. Ja, und die einen schmeißen das Hähnchen auf den Grill, die zweiten machen eine Suppe draus, die dritten nehmen es komplett auseinander und machen wieder was anderes mit und und und. Diese Vielfalt und einfach zu gucken, was kann man alles aus dieser Art von Lebensmitteln und den Lebensmitteln machen, das war für uns und wie gesagt, wir haben es von dem einen oder anderen Besucher auch mitbekommen, für die auch, unfassbar spannend. Und das wäre sowas, das hätte mein persönlicher perfekter Mittelaltermarkt. Markt, aber auch da, ich verstehe, warum es in der Praxis nicht oder nicht immer möglich ist. Es ist natürlich auch noch ein gewaltiger Bonus für die Atmosphäre und fürs Publikum, wenn man neben den üblichen Verkaufsständen, die man auf Mittelaltermärkten so sieht, einfach so ein paar Lebensmittelstände hat. Ich verstehe, warum das auf einem normalen Mittelaltermarkt nicht so ist, warum man da nicht einfach auch die Bauern vom Wochenmarkt hinstellen kann, mit ihrem Gemüse und ihrem frischen Fleisch und allem. Ich verstehe das, aber es ist natürlich cool, wenn es geht, wenn man einfach Leute hat, die da Gemüse oder Wurst oder Hühner verkaufen oder sonst was. Nach dem Motto, ich weiß, es ist immer schwierig, frische Sachen an Besucher zu verkaufen auf so einer Veranstaltung, auch mit den nötigen Zulassungen und allem. Aber man kann es ja wirklich so machen, dass die morgens einfach nur da stehen, eigentlich nur die Sachen an die Lagergruppen verteilen, also die Lagergruppen sich das da abholen können. Aber die Besucher auch sehen, dass an den ersten drei, vier Stunden nach Eröffnung das Stände sind mit frischem Gemüse und mit Hühnern oder Speckschwarten oder weiß der Geier, was alles ausgeteilt wird. Und in dem Moment, wo du mit den örtlichen Bauern zusammenarbeitest, ist das alles gar kein Thema, weil die stehen ja auf den Wochenmärkten im Zweifelsfall. Also wenn du das miteinander kombinierst und sagst, okay, die können ihr Zeug verkaufen und zusätzlich geben sie es halt eben auch noch an die Lagergruppen raus. Für einen festen Preis, den sie dann vom Veranstalter bekommen. So, genau, also der Veranstalter kauft die Lebensmittel einfach ab und sie verteilen es, von mir aus geben sie den Lagergruppen irgendwelche Marken, damit man da halt irgendwie so ein bisschen, wir sind in Deutschland, wir müssen das ganz auch reglementieren, so, aber, also sowas könnte man da halt eben machen. Auch da, ich verstehe durchaus, warum das nicht passiert, aber durchaus wünschenswert wäre es und vielleicht für den einen oder anderen Bauern tatsächlich doch auch noch mal so eine Idee, so eine Überlegung Mittelaltermarkt als zusätzliche Einnahmequelle, weil nicht überall ist so ein Wochenmarkt an einem Samstag oder Sonntag vielleicht ja durchaus mal interessant. Wo wir gerade schon so schön beim Programm sind und bei den Ständen und sowas. Nochmal, ich verstehe, warum es so ist. Billiger Indienschmuck für 50 Cent das Stück eingekauft, für 8 Euro das Stück verkauft, das ist, was das geht weg, das generiert Umsatz, das generiert dann auch wieder Standmiete oder Anteil, wie auch immer das läuft, für den Marktorganisator. Ich verstehe, warum es auf Mittelaltermärkten 8 Stände mit Esoterik-Schmuck von AliExpress gekauft und mit 400% Aufschlag weiterverkauft gibt. Aber auf unserem perfekten Mittelaltermarkt wäre es halt nicht so, wenn wir diese Situation nicht hätten. Ein bisschen mehr Variantenreichtum bei den Händlern. Es gibt so ein paar Märkte, die waren früher vor allem dafür bekannt, dass da Handwerker und Zwischenhändler aus der Szene hingekommen sind, die Zeug verkauft haben, das man wirklich für sein Hobby gebrauchen konnte. Freienfels ist so ein großes Beispiel. Das war früher die Einkaufsgelegenheit im Jahr. Und um eben jetzt auch nochmal wieder ein Positivbeispiel zu nennen, wo wir so etwas halt eben jetzt gerade neu in Anführungsstrichen wahrnehmen, ist nämlich die Claudia Zimmermann. Die schaut mal bei ihr auf der Seite nach, beziehungsweise bei der Timmermanschen. Die macht oder hat jetzt angefangen damit Dinge zu verkaufen, die zum Teil Reenactment tauglich sind und zum Teil Marktmittel alter mäßig sind. Aber alles in allem in einer unglaublichen Varianz und die kann euch zum Beispiel zu jedem dieser Teile, weil sie die zu einem Großteil selber gemacht oder weiterverarbeitet hat, kann die euch irgendwie was erzählen und Thema Ehrlichkeit, die wird euch mit absoluter Ehrlichkeit sagen, das hier ist Reenactment oder Living History tauglich, das hier nicht. Und sowas würde ich mir halt eben mehr wünschen. Veranstaltungen, auf denen Leute stehen, Händler stehen, die Zeug verkaufen, was zum einen die Lagergruppen, was ich benutzen kann, zum anderen aber durchaus, und da habe ich absolutes Verständnis für, dass die auch Dinge verkaufen, die für den Besucher interessant sind. Aber trotzdem kann es halt eben in einer Atmosphäre geschehen, wo man sagt, das passt, das Konzept ist rund, die kann euch was halt entsprechend dazu sagen, und es ist nicht der 0815 Modeschmuck, sondern es ist im Zweifelsfall eine mit Fantasiemotiven bemalte Spanschachtel, die vielleicht dann nicht historisch korrekt ist, die Claudia Zimmermann weiß, hat auch historisch korrekte zum Beispiel, aber als Beispiel auch nicht historisch korrekte, die aber einfach schön sind, die dann für Besucher vielleicht auch interessant sind. Wir kennen ja auch noch so zwei, drei Händler, die regelmäßig auf Mittelalter Märkten unterwegs sind, die ihren kompletten Stand einfach zweigeteilt haben, die auf der einen Seite Zeug für historische Darsteller haben und auf der anderen Seite quasi das, was am Ende die Standmiete bezahlt, was man so an diversem Schmuck und Kissenhüllen mit Templern drauf und was nicht allem ans normale Laufpublikum verkauft bekommt. Das gibt es durchaus häufiger und das ist natürlich cool. Es geht mir vor allem auch absolut gar nicht mal so sehr um das Thema Authentizität. So nachdem ihr dürft nur noch authentische von blinden Kindern in Nepal unter Wasser mit den Füßen Mund geklöppelte Repliken verkaufen. Es geht darum, habt bitte mehr als acht Ausgaben derselben zwei, drei Angebote. Nicht so Alibaba Schmuckstände, tschechische Schaukampfwaffenstände, Fressstände und davon dann jeweils 38. Ich wollte gerade sagen und diese Dreiteilung des Horrors wiederholt sich in nicht enden wollender Schleife. Ja, alles drei ist voll okay, gerade Fressstände braucht man, klar, aber halt bitte nicht nur das und nicht das in endloser Wiederholung. Biene und ich waren letztes Jahr auf einem Markt in Düsseldorf-Eller. Da war einfach eine Töpferin, eine moderne Kunsttöpferin, die richtig schön verzierte und teilweise bemalte Keramik-Sachen da hatte. Wir konnten davon nichts benutzen fürs Hobby, aber es war schön. Es war moderne, modern glasierte Keramik in modernen Formen, aber es war cool, es war mal Handwerk, es war mal was anderes. Und die hat das Zeug selbst gemacht und konnte dir auch was dazu erzählen und hatte auch selber eine Töpferscheibe da. Das ist dann gleich der nächste Punkt, darstellendes Handwerk ist was voll cooles, was zumindest nach meiner persönlichen Einschätzung früher deutlich häufiger auf Märkten zu sehen war. Ich bin jetzt gerade gar nicht sicher, ob das mehr oder weniger geworden ist, aber ich behaupte, es darf mehr werden. Zu dem Thema Händler vielleicht nochmal zurück. Ich kenne Veranstalter, die wirklich ganz knallhart aussortieren und die wirklich ganz klar sagen, ja, wir haben auch einen Modeschmuckverkauf und was weiß ich was halt eben da, aber wir haben, um mal ein anderes Beispiel zu nehmen, Kinderspielzeug, Holzschwerter und den Kram, haben wir auch da einen davon und wir haben einen Modeschmuckverkäufer und wir haben einen Medstand und wir haben einen, was weiß ich, was einem noch so einfällt. So, das heißt, das führt natürlich bei den Händlern so ein bisschen zu Unmut, die leben davon und so weiter und so fort. Wenn sie eine Absage kriegen mit der Aussage haben wir schon. Gleichzeitig feiere ich das, weil ich halt einfach sage, damit habe ich unterschiedliche Dinge. Damit habe ich nicht den dritten Holzschwert stand hintereinander, sondern da habe ich wirklich Varianten. Aber auf die Handwerker bezogen, ja, ich feiere es immer total, wenn man zum einen in Lagern Menschen sieht, zu Lagern kommen wir gleich ja auch nochmal, im Lagern Menschen sieht, die Handwerk vorführen, aber halt eben bei den Händlern auch. Weil was gibt es Cooleres, als zu sehen, wie der die Ware herstellt, zumindest verarbeitet, nicht den ganzen Herstellungsprozess im Zweifel, aber irgendetwas daran tut, den er eben auch verkauft. Also so ein klassisches Beispiel dafür Savyrka, also sprich der, der Ringpanzer herstellt, ich kenne zum Beispiel einen, den Isenberg, der zeigt das und der verkauft auch andere Dinge aus Ketten, Ringen, Geschichten. Ich glaube, der hat sogar, wenn das einer weiß, korrigiere er mich bitte, aber ich meine, der hat sogar den berühmt-berüchtigten Kettenhemd-BH irgendwie auch mit da zum Verkauf hängen und so. Aber der sitzt halt da, und der macht Zeug mit den Ketten. So, das heißt, der zeigt das, der führt das vor und ja, der verkauft das auch. Teilweise hast du sogar Veranstaltungen, wo wirklich nur der Handwerker fürs Vorführen bezahlt wird. So, klar, muss sich lohnen, musst du haben, musst du dich darauf verlassen, dass das genug Publikum zieht, dass sich das am Ende rechnet, aber es ist halt cool, wenn es das gibt. Da ist so, mein persönliches Lieblingsbeispiel, das ist kein Mittelaltermarkt, aber es ist etwas, was ich gerne viel mehr auf Mittelaltermärkten sehen würde, ist jedes Jahr zu Pfingsten der Flachsmarkt auf Burg Linn in Krefeld. Das ist halt ein historischer Handwerkermarkt. Da wird nicht primär Mittelalterliches gezeigt, die haben auch so eine kleine Mittelalter-Ecke mit einem Turnier, aber in allererster Linie hast du da Handwerker aus allen möglichen Epochen durcheinander, die ihr altes Handwerk zeigen. Und sowas ist extrem cool. Das ist in den letzten Jahren hatten Biene und ich meistens leider immer zu Pfingsten irgendwas anderes schon auf dem Programm stehen. Aber wir sind viele Jahre zu Pfingsten anstatt auf irgendwelche Mittelaltermärkte eigentlich immer auf den Flachsmarkt gegangen, weil cool. Weil das halt einfach mal was anderes ist. Ein paar von denen haben auch verkauft, absolut, aber so Sachen wie es gibt da immer eine Präsentation, so ein paar Frauen, die zeigen, wie man um 1900 herum Wäsche gewaschen hat. Richtig mit einer Heißmangel und haben alte Plakate, die ersten Plakate für Priel und solche Scherze da aufgehängt und machen das richtig, richtig cool. Sowas ist einfach geil und sowas wäre natürlich auch auf unserem idealen Mittelaltermarkt in Massen vertreten. Auch Handwerk, wo sich der Verkauf nicht wirklich lohnt, wo ich sage, komm, ist mir egal, ich bezahle dich dafür, dass du dich hier hinstellst und zwei Tage lang dein Ding machst und den Leuten das zeigst und erklärst. Ja, genau so war es halt im Endeffekt. Also Darstellung, Verkauf, nicht immer dieselben Händler, das ist quasi so das, wo ich sage, das zeigt's. Und vielleicht noch mal ein kleiner Exkurs zum Thema in Anführungsstrichen Fressstände. auch da wieder, ja, dann verkauft auf einem Mittelalter Markt halt die Rostbratwurst und weiß ich nicht was. Alles cool. Was ich jetzt immer echt schade finde, ist so dieses Kartoffel-Thema, weil das ist so, ja, wir sprechen nicht über Authentizität, aber bitte Leute, also bitte, das wäre schon so, wie gesagt, wir, wir sprechen über Konsum und über Essen von bestimmten Dingen bei Fressständen, da erwarte ich auf Mittelalter-Märkten keine historischen Rezepte, die auf, in Graben auf dem Feuer nachgekocht werden. Das erwarte ich nicht. Alles cool. Aber bei Kartoffeln bin ich halt einfach so ein Stück weit raus. Was mich nicht davon freimacht, dass ich die tatsächlich zwischendurch, wenn ich als Besucher auf einem Markt bin, mal gegessen habe. Das gebe ich offen zu. Das liegt aber unter anderem auch mit daran, dass es kein anderes Angebot gab, was zum Beispiel meine Gluten- nicht vertragende Frau essen kann, außer Kartoffelspalten. So. Aber wie gesagt, das ist halt so ein Ding, das schreit halt, ich bin nicht Mittelalter. Und das zerstört jegliches Ambiente, was man vielleicht auf einem Mittelalter-Markt irgendwie empfindet. Zumindest bei mir zerstört es das. Ich sehe da tatsächlich zwei Möglichkeiten. Man kann sagen, okay, wir haben Stände, die sich bemühen, wenigstens so ein bisschen ambientig zu sein. Die sollen dann aber auch irgendwie Essen servieren, was, das muss nicht 100% A sein, aber wenigstens so ein bisschen ambientig ist. Oder und oder man packt die nicht authentischen Fressstände und die überhaupt nicht mittelalterlichen Fressstände oder auch nur ambientigen an den Rand der Veranstaltung. Quasi in der eigenen Ecke. Das haben ein paar Veranstaltungen, wo wir waren, auch durchaus Veranstaltungen mit hohem A-A-Anspruch sehr erfolgreich gemacht, dass man sagt, okay, dann gehen wir von der Wiese, wo Mittelalter passiert, runter, gehen sichtbar in einen anderen Bereich des Geländes und da stehen dann die ganzen Stände mit Bratwurst und Kartoffeln und der Paprika-Mais-Rote Bohnen-Pfanne. Dann braucht es auch noch nicht mal irgendwie pseudomittelalterliche Verkleidung und sonst irgendwie was. Wäre für mich dann gar nicht mehr notwendig, weil für den Besucher ganz eindeutig klar ist, ja, hier findet jetzt gerade eh kein Mittelalter mehr statt. Da fände ich sogar gut, wenn keine Jute-Säcke über irgendwelchen Kram drüber ist, weil dann ist es halt für jeden nochmal deutlicher. Genau das. Andererseits, wir können ja gerne mal schön darüber reden, was man so an nicht unbedingt 100% authentischen, aber so atmosphärisch passenden Sachen hervorragend auf Mittelalter-Märkten verkaufen könnte. Ich kann es dir ganz einfach sagen, selbstverständlich den gebackenen, vergoldeten Hirsch, der bei dem Hansetag in Lübeck historisch korrekt überliefert ist. Den erwarte ich auf unserem perfekten Mittelalter-Markt. Also ich verstehe die Frage gerade nicht. Weißt du was, wenn ich tatsächlich der Multimilliardär wäre und Geld keine Rolle spielen würde, würde ich einen darstellenden Handwerker dafür bezahlen, dass er einen Backofen baut, in den ein kompletter Hirsch passt, einen kompletten Hirsch entsprechend zurichtet, da reinschiebt und am Ende mit Blattgold überzieht. Das wäre mir völlig egal. Jedes Lagermitglied auf der Wiese kriegt ein Stück vergoldeten Hirsch und damit ist das gut. Hallo für diejenigen, die diesen Kanal nicht so regelmäßig schauen. Wir waren vor einer Weile im Hanse-Museum in Lübeck und haben da eine Auflistung gelesen, was auf einem Hansetag in Lübeck zu essen serviert wurde. Und da wurde ein kompletter gebackener und vergoldeter Hirsch erwähnt und das hat bei uns bis heute bleibende Spuren hinterlassen, weil das so unglaublich absurd ist und wir kommen da immer wieder drauf zurück. Aber ja, kommen wir jetzt mal wirklich auf das, worauf du hinaus wolltest, nämlich, was kann man historisch gesehen, zumindest ambientig oder sogar historisch an Essen einem Besucher anbieten? Pasteten. Es gibt genug Stände, die irgendwas backen, irgendwelche Seelen oder Flammkuchen oder sonstigen überbackenen Krempel. Flammkuchen übrigens auch. Flammkuchen sind super authentisch, Flammkuchen gehen immer. Flammkuchen, Brezeln, alles mögliche, Brotige ist immer korrekt, ist cool. Macht Shoutout an das schwäbische Backheißle, die man regelmäßig bei uns in der Region auf Mittelalter-Märkten sieht. Die Typen liebe ich sehr. Die sind menschlich cool drauf und haben sich ihre Preise auf einem vernünftigen Niveau erhalten. Und die Seelen von denen haben mich am Anfang dieses Hobbys auf Veranstaltungen ernährt. Seelen ist ein Gebäck. Jaja, ich habe nicht die metaphysischen Seelen schwäbischer Schaubäcker gegessen. Oder habe ich das doch? Ja, also irgendwas, irgendwelche Gebäckarten inklusive Pasteten hervorragend. Weil Pasteten sind so ein unfassbar mittelalterliches Ding. Und die können unfassbar gut von den Händlern vorbereitet mit hingenommen werden und dann im Ofen zu Ende gebacken werden, wenn sie vorher eingefroren sind oder vorher schon gebacken und die halten sich und werden dann nur noch mal warm gemacht oder werden kalt verkauft und und da gibt es und das kann man von herzhaft bis süß kann man da sämtliche Varianten machen das ist wirklich sowas das habe ich leider noch auf keiner weder historischen Veranstaltung noch Mittelalter Markt Veranstaltung bisher gesehen aber das wäre absolut was was dahin gehört und hinpasst und einfach unfassbares Ambiente hat und die Dinger kann man vor allem mit einer Hand essen auf Strünkerte gab es in irgendeinem Jahr mal so ein Dude der hat in Teigtaschen verpacktes Wellfleisch verkauft dann ist der leider an mir vorbeigegangen also ich an ihm wahrscheinlich nicht er mit dem Stand an mir gab es mal der hat das nicht als Pasteten verkauft aber es ist lecker mit Teig drum ne Pastete passt aber ja das ist halt so ein Ding oder auch und das ist so ein persönliches Ding das ist jetzt nicht im Sinne von super authentisch sondern im Sinne von würde ich gerne mehr von sehen damalige gute Bekannte von uns haben irgendwann mal angefangen auf Mittelaltermärkten einen Suppenstand aufzumachen mit total simplen Mitteln einfache günstige heiße Suppen zu verkaufen und hier ganz kurz der Einschub bevor das jemand falsch versteht Suppen und Eintöpfe sind ein komplexes Feld wenn man es pauschalisiert bitte nehmt es nicht als historisch korrekte Speise auch wenn es das durchaus in Einzelfällen gibt aber bitte speichert jetzt nicht an der Stelle ab Suppen sind voll historisch korrekt nur ganz kurzer Einschub ich weiß uns geht es heute hier gar nicht zwingend um historische Korrektheit nur um das zu verhindern weil ich mit diesem Klischee immer wieder wenn ich über Kochen und Esskultur spreche immer wieder kämpfe musste das jetzt einmal raus das hätte sonst Kopfschmerzen gemacht definiere den Begriff Suppe definiere den Begriff Eintopf und in wie fern fallen die paar mittelalterlichen Rezepte da drunter oder nicht oder sollte man sie eher als was anderes bezeichnen ja wann ist es eine Suppe wann ist es eine Brühe wann ist es ein Mus wann ist es ein Eintopf wann ist es eine Tunke ja jetzt wann ist es eine Soße also es ist ein sehr weites Feld ihr hört das raus deshalb aber Benno Entschuldigung ich habe dich unterbrochen dementsprechend führe bitte deine Suppen Eskapaden weiter aus Die hatten halt jeden Tag so zwei bis drei Suppen haben das auch sehr clever gemacht die Suppen waren einfach generell vegan und du konntest dir dann noch einen Schuss Sahne oder ein bisschen geschnittene gebratene Mettwurst noch dabei bestellen das ist klug einfach um eine möglichst große Kundengruppe abzugreifen da hast du dann ein anständiges Graubrot zu bekommen auf Wunsch mit Schmalz Graubrot Graues Brot aus ganzen Körnern mit Charakter und Geschmack Shoutout an Malmsheimer für die die ihn kennen werden dieses Zitat kennen ja so und das war halt einfach ein Weg auf einem Mittelalter mag mal wirklich satt zu werden wenn du vor der Wahl stehst oh Gott wie viele Bratwürste für wie viel Geld muss ich kaufen damit das eine volle Mahlzeit wird oder anderes Zeug was es gibt dann war so die Option gerade auf Winter- oder Herbstveranstaltungen zu sagen boah ich kann hier für kleines Geld so ich glaube die haben irgendwie 5 bis 6 Euro genommen vor 10 Jahren das war die Ära wo du auch nochmal für 3,50 Euro irgendwo einen Döner bekommen hast aber so die Größenordnung und du hast eine wirklich anständig große Schale Suppe dafür bekommen das war viel wert das war richtig gut sowas würde ich gern häufiger sehen einfach nur mit billigen Zutaten einen großen Pott Suppe aufsetzen das kostet in der Herstellung gefühlt nichts ein großer Pott Gemüsesuppe ist jetzt ignorierbar ja das ist so ähnlich wie die Waffelbäckerei beim örtlichen Sportverein das kostet in der Produktion nichts das ist richtig und verkauft und verkauft eine billige Pappschale Suppe die eine anständige Mahlzeit abgibt für einen vergleichbaren Preis wie das wofür du anderswo eine Bratwurst im Brötchen bekommst und die Leute werden euch die Bude einrennen das haben sie bei denen auch getan die mussten irgendwann aus familiären Gründen aufhören aber das war halt geil das war cool zu wissen okay cool ich krieg auf dem Markt was richtiges zu essen eine richtige Mahlzeit wonach ich satt bin und ich muss dafür keine zweite Hypothek auf mein Haus aufnehmen die haben sogar morgens ein Frühstück für die Lagergruppen angeboten in begrenzter Menge du musstest dich da quasi vorher auf eine Liste eintragen und wenn weg war, war weg aber ich hab das ein paar mal gemacht gerade in den ein, zwei Jahren wo ich ganz alleine mein eigenes Lager war und einfach nicht gekocht hab auf einer Veranstaltung hab ich mich dafür eintragen lassen bin da morgens hin hab zwei Brötchen, einen Teller Rührei bekommen und war glücklich wo wir gerade bei dem Thema Frühstück mit den Lagergruppen und so weiter oder für Lagergruppen sind das fällt mir gerade auch noch so ein vielleicht passt es an der Stelle und zwar das was ich auf verschiedenen Veranstaltungen inzwischen immer mal wieder gerade kleineren Veranstaltungen da funktioniert das sehr gut immer mal wieder mitbekommen habe dass an einem der Tage ein gemeinsames Essen stattfindet und zwar ein gemeinsames Essen im Sinne von jede Lagergruppe kocht etwas für sich bringt das mit und alle essen von allem dann passt das auch von der Menge her also wenn wir jetzt zu viert irgendwie ein Lager wären dann würden wir für vier Leute kochen würden das Essen mitbringen was für vier Leute reichen würde und wenn das alle entsprechend tun dann ist auch halt eben genügend von allem an Menge da und mindestens das was ich selber gekocht habe ist halt auch was was ich selber mag also von daher auch da die ganzen Unverträglichkeiten und so weiter hast du damit halt eben auch immer erschlagen also das finde ich echt gut und das habe ich auf wie gesagt gerade kleineren Veranstaltungen wo du jetzt nicht 150 Lagergruppen hast wo es auch cool wäre wo ich es aber schlicht noch nicht erlebt habe aber sowas finde ich immer wieder cool weil es halt einfach dazu führt dass man über das Essen und also Essen mitbringen und die Tätigkeit der Mahlzeit des Essens zueinander kommt und sich austauscht quatscht und so weiter gerade so ja Gespräche führt zu denen sonst tagsüber eher weniger Zeit ist und man einfach gemütlich zusammensitzt so das ist zum Beispiel auch so ein Ding was einfach für Lagergruppen aus meiner Sicht ja von Lagergruppen gemacht werden muss aber wo der Veranstalter eben entsprechend die Möglichkeit hat das vorher anzukündigen und dementsprechend die Leute darauf vorbereitet sind und das wäre halt was Cooles das ist definitiv so sei es in dieser Form wie du es gerade beschrieben hast dass einfach alle was mitbringen ich habe es aber tatsächlich auch schon auf Veranstaltungen so erlebt dass der Veranstalter das organisiert hat wie du schon sagst bei kleineren Veranstaltungen vor allem dass dann ganz unhistorisch ein großer Kessel übers Feuer gehängt und Eintopf gemacht wurde für alle ist aber ambientlich halt trotzdem was Cooles wenn alle da zusammenkommen und in einem großen Kreis um das Feuer mit dem Kessel rumsitzen so richtig dieser Asterix Ende des Comics Effekt das ist was Schönes einfach auf einer Multi-Period-Veranstaltung in Minden ist das auch mal so schön gemacht worden da war an einem der Abende ganz modern die haben ganz moderne Mannschaftszelte aufgebaut und Zeug für die da und Aussteller serviert ganz modernes Catering aufgefahren aber es war trotzdem schön man hat sich mal treffen können wo man normalerweise den ganzen Tag über mit der Bedienung des Publikums beschäftigt war und ansonsten keine Chance dafür gehabt hätte zumal das eine Multi-Period-Veranstaltung war mit Dastung aus allen möglichen Zeiten und es damit die schöne Gelegenheit gab dieses abendliche gemeinsame Essen das Fressen der Generationen zu nennen hervorragend ja also wie gesagt ich bin immer noch ein bisschen mehr ein Freund davon zu sagen jeder bringt was mit weil es halt dann auch noch mal die Lagergruppen mehr einbindet und man halt noch mehr ins Gespräch kommt wir haben auch schon auf Veranstaltungen das Ganze gehabt dass es irgendwie für alle was vom Veranstalter gab aber das führt durchaus oder die Gefahr besteht dass das durchaus dazu führt dass man hingeht als seine Gruppe dann irgendwie sich das Essen von dem Caterer holt das in seinem Grüppchen isst und dann wieder ins Lager geht dementsprechend wäre meine auf meinem perfekten Mittelalter mag das halt eben so dass von mir aus Getränke oder sowas vom Veranstalter gestellt werden dann aber die Lebensmittel von den Gruppen die ja sowieso für den Tag kochen müssen oder für den Abend kochen müssen dann halt entsprechend mit hingebracht werden weil das einfach noch mal mehr den Austausch fördert und Gruppengespräche fördert und so weiter und so fort genau aber wir sind jetzt inzwischen aber wir sind jetzt inzwischen tatsächlich bei den Lagergruppen angekommen vielleicht wollen wir mit denen mal weitermachen weil wir uns schon so langsam der Stunde nähern das heißt so langsam mal so Richtung Abschluss zu kommen und über Lagergruppen haben wir bisher noch so nur am Rande und fast gar nicht gesprochen ja wie gesagt thematisch solange bei allen Lagergruppen klar ist bitte erzählt den Leuten keinen Blödsinn bitte präsentiert euch nicht als irgendwas was ihr nicht seid um Himmels Willen bitte mischt so bunt wie es irgend geht es gab lange Jahre auf Kaltenberg ein Klingonenlager und die waren cool ich weiß es gibt im Moment eine ganze Menge Gejammer dass irgendwelche Anime-Cosplayer oder Furries über Mittelalter-Märkte laufen lustigerweise jammern darüber genau die Leute die sich sonst aufregen dass die blöden A-Pepste ihnen ja immer ihr Hobby schlecht machen und anderen vorschreiben würden wie sie sich anziehen sollen aber ja bitte klar ich meine wenn der Fell- und Lederwikinger willkommen ist dann ist es auch die Fee und der blaue laufende Wolf der irgendwie angezogen ist bitte kommt alle kommt alle reichlich her das gilt auch für die Lagergruppen ich hab ich hab Klingonenlager gesehen ich hab irgendwelche Herr-der-Ringe-Lager gesehen ich hab letztens einen Beitrag in irgendeiner Facebook-Gruppe gesehen von einem Org-Lager sowas ist auch immer cool bitte haut raus Reichhaltigkeit und Auswahl ist immer was cooles absolut und das was aus meiner Sicht auch dazu gehört ist sich zu überlegen mit welcher Intention fahre ich persönlich auf einen Mittelaltermarkt und wir hatten uns schon mal darüber unterhalten der Benjamin und ich dass wir da so ein klein bisschen unterschiedliche Ansätze oder Ideen für unseren perfekten Mittelaltermarkt hätten weil ich persönlich würde nämlich zum Beispiel sagen es gibt in England eine Veranstaltung wo mir jetzt aber gerade der Name nicht einfällt da ist es so dass der Veranstalter sich genau anschaut was macht diese Lagergruppe für Besucher macht sie überhaupt was für Besucher exakt und die Gruppen die etwas für Besucher machen die bekommen entsprechend die Plätze die an den normalen Wegen entlang führen wo also die Besuchergruppen direkt dran vorbeikommen und die Gruppen die ich überspitze jetzt bewusst und sag's polemisch nur fürs Gewandungsgrillen da sind oder fürs Gewandungssaufen sei mal dahingestellt die bekommen natürlich auch einen Platz auf der Veranstaltung aber die stehen in zweiter oder möglicherweise sogar dritter Reihe die haben dann irgendwie einen ganz schmalen Gang irgendwie an den anderen Lagern vorbei um zu ihrem Lager hinzukommen na klar die müssen nicht durch die anderen Lager durchlaufen aber die stehen halt zum Auffüllen dahinter so dass der Besucher der kommt trotzdem eine volle Veranstaltungsfläche vor sich hat mit vielen Zelten und auf die Lagergruppen trifft die etwas für die Darsteller tun für die Besucher tun so und wie gesagt dann sind wir wieder beim Thema Ehrlichkeit und dann sind wir wieder bei dem Thema kommuniziert was ihr wisst und was ihr nicht wisst und auch wieder bei dem Thema dass wir bei einem bei einem Mittelaltermarkt gar nicht erwarten dass es zwingend alles immer historisch korrekt sein soll je historisch korrekter es ist desto schöner für uns jetzt aber alles cool aber bei meinem perfekten Mittelaltermarkt würde ich es halt eben so gestalten dass ich sage die die etwas für die Besucher tun bekommen die prominenten Plätze die die nichts für Besucher tun sondern nur fürs Ambiente für sich selber da sind die kommen in die zweite oder dritte Reihe was nicht heißt dass die zum Beispiel nicht auch Lebensmittel gestellt bekämen oder was auch immer also alles cool nur die Frage ist immer was tut die Gruppe für den Besucher genau das denn das ist halt immer so eine so eine Frage wir sind auf Schloss Strünke tatsächlich mal von einer Besucherin angesprochen worden die unglaublich begeistert davon war dass wir überhaupt was am Rand des Lagers hatten und was gezeigt haben für die für die Besucher weil sie gesagt hat cool zu den ganzen anderen Lagergruppen gehe ich hin die die gucken mich salopp gesagt mit dem Arsch nicht an die ignorieren mich da gehe ich dran vorbei denen kann ich auf den Rücken gucken während die da um ihren Tisch rum sitzen und campen ihr seid hier die ersten die ich sehe seit ich hier drauf bin die irgendwas mit den Besuchern machen wir waren nicht die einzigen auf dem Platz die das gemacht haben aber scheinbar die ersten die sie gesehen hat um den anderen Lagergruppen da jetzt kein Unrecht zu tun da gab es auch noch andere aber ja die war sogar ein bisschen die war sogar wirklich ein bisschen sauer die hat sich erst mal ein bisschen bei uns ausgekotzt ich bin da in der Hinsicht sogar tatsächlich noch mal ein bisschen radikaler als Mario ich sage ich als Veranstalter müsste mir hart überlegen welchen Mehrwert haben Lagergruppen die auf meine Veranstaltung quasi nur zum Campen kommen die nichts fürs Publikum vorführen nichts zeigen nichts erzählen nichts erklären die null mit dem Publikum irgendwie interagieren sondern die nur drei Meter hinter ihrer Lagerabsperrung sitzen mit dem Rücken zum Publikum und für sich campen auf einer Wiese für die ich Platzmiete zahle als Veranstalter und ich sage halt eben zum Beispiel an der Stelle ja ich würde denen zum Beispiel trotzdem Platz geben und und das ist ein Punkt auf den wir vielleicht gleich noch abschließend eingehen können es kann ja auch durchaus sein dass die in ihrem Lager nichts für Besucher machen sondern zum Beispiel an und jetzt sei wie gesagt das historisch korrekte Thema ganz weit weggeschoben aber an einer Feldschlacht oder sonst irgendwie was teilnehmen so und dann wiederum wären sie tatsächlich trotzdem ein Mehrwert für mich als Veranstalter aber ich würde sie halt nicht in die erste Reihe stellen mit ihrem Lager weil ich halt eben sagt das ist ja schön dass die an der Feldschlacht teilnehmen aber sobald die im Lager sind machen die halt nichts so und dann wären die halt in zweiter oder dritter Reihe du hast insofern recht wenn ich jetzt wirklich Lager hätte wo ich feststelle da passiert so gar nichts und ob die jetzt hier sind oder auf einem Campingplatz oder auf einem Acker um die Ecke beim Bauern ja gebe ich dir durchaus recht wenn die wirklich so gar keinen Mittelalter Marktszene drin als dass ich irgendwie festgestellt hab irgendein klein bisschen Mehrwert findet man doch noch bei der ein oder anderen Gruppe und bei eigentlich allen Gruppen so deshalb da meine Einstellung zu aber wir müssen uns ja auch nicht immer einig sein es geht ja um rein fiktives was könnte sein wenn und wir sind ja nicht gezwungen Auswahl zu treffen wir sind da ja auch nur in den Details auseinander andererseits es sei jetzt mal als ein Tipp tatsächlich ein gut und positiv gemeinter Tipp an solche Gruppen gemeint wir kennen durchaus auch historisch gute Leute die in wirklich großartiger Ausstattung unterwegs sind aber die einfach keinen Bock auf Vermittlungsarbeit oder Vorführung oder sonst irgendwie Publikumsarbeit haben und die quasi selbst Sitzrittern wenn auch auf super authentisch und das ist okay macht euer Hobby so wie es euch Spaß macht aber überlegt vielleicht mal wenn ihr keinen Bock auf Besucher habt und ich kriege das ja auch durchaus viel mit dass viele Leute in der Marktmittelalter Szene hart über die blöden Touris meckern und jammern die ihnen auf den Geist gehen auf den Veranstaltungen die durch ihr Lager latschen die mit den blöden Fragen nerven man muss dieses Hobby nicht auf einer kommerziellen öffentlichen Veranstaltung ausüben ich meine die Lab Szene kriegt es hin sich ihre eigenen Events zu organisieren und wir haben das in der Anfangszeit des Hobbys auch tatsächlich ziemlich viel gemacht geht mal zu irgendeinem Bauern in eurer Umgebung oder zu sonst irgendjemandem der ein Wiesengrundstück hat und fragt mal was es kosten würde dass man euch auf der lasst euch dann ein zwei Dixies anliefern auch das kostet überraschend wenig die werden euch angeliefert und die werden am Ende auch abgeholt und danach gereinigt da müsst ihr euch um gar nichts kümmern schafft ein paar große Container mit Trinkwasser an und fertig und macht da euer internes Lager ladet noch einen Haufen andere Gruppen ein es gibt online Riesen Listen von von LARP Locations die man nicht nur für LARPs verwenden kann sondern auch für solche internen Lager und wir haben das zum Beispiel schon gemacht also wir haben auch schon sogenannte bei uns hießen die Dinger dann immer Freundschaftslager in denen wir unsere unsere Gruppe mit teilweise anderen teilweise aber auch nur wir haben wir dann halt eben Wochenende oder dann häufiger auch mal eine ganze Woche oder sowas verbracht und das ist wunderschön das ist cool das ist halt keine öffentliche Veranstaltung dann und dann habt ihr halt eben auch keine Besucher die euch nerven wie gesagt mich nerven Besucher nicht aber es gibt durchaus Leute die das so empfinden oder geht zu einer Burg die Jugendherberge beinhaltet und macht euch da ein richtig geiles Mittelalter Wochenende manche Burgen bieten sowas an sprecht mit denen sagt hier nee wir sind eine Mittelalter Gruppe lasst uns die Küche benutzen oder sonst was das geht wir haben uns in letzten und vorletzten Jahr in Lippolsberg das ist irgendwo an der Grenze zwischen Niedersachsen und Hessen glaube ich eine historische Herberge gemietet die die da noch haben und haben da ein schönes internes nähe und klönen und quatsch Wochenende mit Leuten aus zig verschiedenen Gruppen organisiert sowas ist cool und dafür braucht es dann das halt nicht dass man auf einem organisierten Mittelalter Markt rumsitzt und sich über die Besucher ärgert durchaus als wohlgemeinten hilfreichen Ratschlag zu verstehen weil ja ja absolut also wie gesagt das ist auch vollkommen legitim zu sagen ich mach das eben für mich da gibt es wie gesagt LARP macht das seit schon immer dass die sagen nee wir sind keine öffentliche Veranstaltung im Sinne von uns kommen Leute besuchen ich weiß es gibt durchaus LARP Veranstaltungen wo es dann auch mal Besuchertage und sowas gibt aber vom Prinzip her ist beim LARP ja erstmal die Immersion das Wichtige und das ja IT also ja immersive erleben eben steht im Vordergrund und nicht das präsentieren fürs Publikum und für den Besucher und wenn euch sowas Spaß macht dann macht das alles cool so nur wie gesagt ja ich gebe dem Benno recht wenn ihr sagt ich will nichts mit Besuchern einer Mütze haben dann ist es vielleicht nicht das richtige auf eine öffentliche Veranstaltung mit Besuchern zu gehen also sich hinzustellen so weil da muss man damit rechnen angesprochen zu werden genau ja wie gesagt zum Abschluss würde ich noch mal zu einem Punkt kommen nämlich so Aktivitäten die auf Mittelalter Märkten gemacht werden unter anderem ebenso dieses Thema Feldschlacht und auf meinem persönlich perfekten Mittelalter Markt wenn mir bewusst ist ich möchte das Ganze jetzt nicht als Living History Veranstaltung machen und ich möchte eine Feldschlacht anbieten dann gehört es für mich zu verschiedenen Sicherheitsaspekten ganz klar dazu Volljährigkeit ausreichende Schutzausrüstung Getränke Sanitäter etc da will ich jetzt gar nicht zu tief ins Detail reingehen aber dass so etwas einfach für mich verpflichtend festgehalten wird das gehört dann eben von Seiten der Orga des Veranstalters einfach dazu und aus meiner Sicht das habe ich leider noch nie erlebt aber wäre es zum Beispiel zum Thema Getränke durchaus wünschenswert dass der Veranstalter Getränke zur Verfügung stellt für die Feldschlacht wie gesagt ich habe es noch nie erlebt ich habe immer erlebt ja es müssen Wasserträger da sein und es muss irgendwie Getränke gebracht werden und so weiter aber es gibt so viele Möglichkeiten wie man mit modernen Hilfsmitteln Flüssigkeit in so einen Kämpfer rein bekommt ja liebe Veranstalter dieser Welt macht euch da mal Gedanken zu das wäre mein Appell zum Thema Feldschlacht aber es gibt ja wie gesagt auch noch andere andere Dinge die eben auf Veranstaltungen noch so als Aktionen als Attraktionen wie auch immer stattfinden können und da gehören zum Beispiel zu und das finde ich halt ja wie gesagt tierschutzrechtlich muss es gut sein aber das finde ich trotzdem immer wieder schön ist so das Thema Falknerei ich habe unter anderem mal einen Falkner kennengelernt der das ganze historisch aufgezogen hat total faszinierend in historischer Klamotte mit den entsprechenden Erklärungen der total viel auch zur historischen Sachen der Falknerei erzählen konnte wie gesagt tierschutzrechtlich oder tierschutzmäßig muss das sauber sein aus meiner Sicht ganz klar da habe ich leider auch viel schon negatives erlebt aber finde ich für das Publikum auch immer wieder schön und ansonsten ja alle möglichen anderen Aktionen wie zum Beispiel Walking Acts Walking Acts sind einfach ein unheimlich tolles Ding wo man gar nicht viel Aufwand für braucht ich brauche keine Bühne um Musiker die als Walking Act um das Beispiel zu nehmen wenn Musiker als Walking Act über den Markt gehen dann habe ich zum einen nicht verstärkte Musik die mir irgendwie das Trommelfeld zerplatzen lässt weil naja die ziehen in den seltensten Fällen irgendwie eine ganze Musikanlage hinter sich her sondern die sind halt mit Musik Instrumenten unterwegs die sie halt eben ohne Groß Aufwand benutzen können Lauten Harfe oder sonstige Geschichten und die sind für ein Publikum ein unheimlicher Mehrwert diese Walking Acts weil die einfach überraschend in Anführungsstrichen überraschend irgendwo auftauchen da mal eine halbe Stunde was machen und dann wieder weg sind und irgendwo anders was anderes weitermachen oder so das ist fürs Publikum wirklich wirklich schön das Publikum muss sich keinen Zeitplan überlegen ach jetzt müssen wir schnell noch was essen weil in zehn Minuten geht die Band auf der Bühne oder der Zauberer was auch immer ich mit meinen Kindern machen möchte der Drache oder sonst was los jetzt habe ich irgendwie Zeitdruck nee das passiert irgendwo auf der Veranstaltung und das ist halt einfach was das wäre sehr sehr cool Biene und ich haben eine ganze Weile im Hobby sind wir als als Krämer wirklich mit so einem Bauchladen also wir haben es damals Krämer genannt de facto sind es Hausierer mit so einem Bauchladen über die Märkte gegangen das ist eigentlich auch immer relativ gut angekommen aber als so jemand der ein bisschen socially awkward ist und es echt nicht mag in soziale Situationen gedrängt zu werden bei denen ich nicht ganz weiß wie ich da jetzt gerade drauf reagieren soll bitte 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 liebe Walking Acts auf Mittelalter Märkten drängt euch Leuten nicht auf wenn ihr schon merkt die versuchen euch aus dem Weg zu gehen die versuchen Blickkontakt mit euch zu vermeiden die drehen euch gerade den Rücken zu und sind in einem privaten Gespräch schiebt euch da nicht zwischen und schreit die an und zwingt die in irgendeiner Weise mit euch zu interagieren und auch so ein Punkt da haben wir auch sehr unsere Erfahrungen mit gemacht wenn es so Lagergruppen gibt oder irgendwelche vorführenden Handwerker oder sonst was die selber Publikumsarbeit machen und die gerade was vorführen oder was erzählen stellt euch doch nicht gerade dahin während die eine Traube an Leuten vor sich haben denen sie gerade was zeigen oder erzählen oder vorführen und fangt dann mit eurem Walking Act lautstark an und zieht denen das Publikum weg oder seid einfach so laut und aufdringlich dass die einfach nicht mehr gescheit ihr Ding machen können auch wenn das Publikum eigentlich gerne bei denen bleiben würde es ist so ein bisschen grundlegende Verhaltensregeln für so Walking Acts wären cool die können generell so eine Veranstaltung total aufwerten auf all die Arten wie Mario es gerade beschrieben hat aber wir haben auch schon echt negative Erfahrungen mit so Walking Acts auf Veranstaltungen gehabt im Großen und Ganzen würde ich halt immer sagen die werten eigentlich immer eine Veranstaltung auf und das Hauptproblem ist tatsächlich wenn man mit dem Walking Act also mit dem mit dem Künstler der das macht oder den Künstlern als Orga vorher nicht besprochen hat was geht und was nicht geht weil ich habe ein Bild vor Augen da hatten wir ein Problem ich nenne keine Namen und so weiter da hatten wir tatsächlich so das Problem dass das was Benno gerade beschrieben hat wir erzählen dem Publikum irgendwas an einem Display Tisch und der stellt sich laut brüllend halt entsprechend daneben und sowohl wir als auch das Publikum wussten in der Situation quasi nicht wie sollen wir jetzt mit dem umgehen also das war wirklich nicht schön das Ganze hätte man schlicht und ergreifend verhindern können indem vorher die Orga die ja mit ihm spricht die ja ihm schlicht und ergreifend sagt hör mal wenn da Leute stehen und kriegen von einem anderen was gerade erzählt stell dich woanders hin so also ganz einfach mit Kommunikation kann man sowas dann an der Stelle verhindern und das wäre dann halt eben an der Stelle die Bitte genau ich hatte es kurz erwähnt um noch so einen anderen Punkt anzuführen Walking Acts die Musik machen sind wunderbar da habe ich so das Beispiel der Harfe oder Laute oder sonst irgendwie was genommen mir ist bewusst dass es auf Mittelalter Märkten eigentlich quasi immer auch eine Bühne gibt und auf dieser Bühne dann halt irgendwie Bands auftreten und so das ist auch voll legitim und das soll auch so sein und das ist auch was weshalb ja ein Teil der Besucher zu den Veranstaltungen geht nämlich für die Musik und für diese Gruppen und so weiter alles cool ich möchte aber tatsächlich darauf hinweisen dass es auch Menschen gibt die nicht zwingend deswegen dahin gehen und wenn man jetzt drei Bands nebeneinander auf Bühnen stellt die so aufgebaut sind dass man ihnen nicht entkommen kann und die Musik der Regler bis zum Anschlag aufgedreht ist sodass man egal wo man auf dem Gelände ist sich nicht mehr miteinander unterhalten kann das irgendwie nicht cool und deshalb halt auch da auf meinem persönlichen mittel also persönlichen perfekten mittelalter Markt wäre es halt eben so natürlich gäbe es auch eine Bühne und natürlich würden da auch Bands spielen und so weiter aber halt eben von der Lautstärke so eingepegelt das geht nämlich man kann das machen es gibt Bands die können das und Veranstalter und Tontechniker es gibt einen Grund warum Tontechniker ein Ausbildungsberuf ist das kann man nämlich und wenn die so eingepegelt sind dann funktioniert das hervorragend alles cool und dann haben da alle beteiligten Spaß dran und dann ist das wirklich gut man kann zum Beispiel wenn man sowieso schon die Fressstände alle an einer Stelle zusammen hat kann man von denen aus nochmal ein großes Stück Wiese frei machen wo sich die Menge trifft und dann auf der dem Markt am weitesten abgewandten Seite dieser Fressstände die Bühne aufstellen wenn man die Bühne genau mitten in das Treiben stellt am besten von Händler und Handwerker Ständen umgeben die in dem Moment in dem eine Band auf der Bühne spielt keine Chance haben in irgendeiner Weise Verkaufsgespräche zu führen ich habe das auf Märkten gehabt da haben mehrere Händler mir ihr leid geklagt und gesagt ich komme hier nicht wieder hin das funktioniert nicht ich kann zwei Drittel der Zeit hier kann ich nichts verkaufen weil die Leute sich nicht mit mir unterhalten können es reicht nicht mal dass die Leute sagen hey ich hätte gerne das was kostet das das klappt einfach nicht und wir haben es auch schon absolut erlebt dass wir Veranstaltungen hatten wo wir irgendwann als Besucher geflüchtet sind weil uns buchstäblich die Ohren wehtaten an irgendeinem Punkt wird es wirklich schmerzhaft wieder was Mario gerade gesagt hat ein Grund warum Tontechnik ein Ausbildungsberuf ist es muss nicht sein und die ultimative Sünde das sei so das letzte zum Thema Musik auch hier wir nennen wieder keine Namen wir waren auf einer Veranstaltung wo der Aufbau schon ein zwei Tage früher war was auch viele der Lagergruppen genutzt haben um quasi so einen schönen internen Tag für sich zu haben bevor das Publikum kommt aber wenn dann dieser interne Tag wo extra schon kein Publikum da ist wo man nur für sich ist wo man nur die schöne Atmosphäre zwischendurch genießen kann die gigantischen Boxentürme die den Turnierplatz umbringen Sound getestet werden indem da den kompletten Tag drüber Reggae Musik drauf läuft dann macht das die Atmosphäre ein klitzekleines bisschen kaputt ja genau wir nähern uns so langsam dem Punkt wo die Folge ein bisschen lang wird ich ratter mal durch die Punkte die wir hier noch stehen hatten im Schnelldurchlauf durch und dann lassen wir es für heute auch erstmal gut sein manche Märkte haben das früher gemacht ich war seit Jahren auf keinem mehr der es gemacht hat ich weiß nicht ob das komplett aufgehört hat oder ob es nur die Märkte nicht mehr machen wo ich hingehe aber es war eine ganze Weile üblich dass es ab einer gewissen Uhrzeit abends freien Eintritt gab so wenn der Markt um zehn zugemacht hat hat man gesagt so ab acht lassen wir die Leute einfach frei rein mit 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 dem gedanken okay damit ziehen wir das Publikum an das quasi nur mal über den Markt gehende Bratwurst essen und ein Bier trinken will und wir ziehen auch das Publikum an das quasi nur abends in der Burg Musik hören und Bier trinken will aber das Problem dabei ist du ziehst das Publikum an das nur Bier trinken und Musik hören will und viel Bier trinken will und wir hatten dann mal vom Platz wenn sie einmal drauf sind vor allem wenn du denkst oh cool wir müssen keine Tickets mehr kontrollieren also brauchen wir auch keine Security mehr nach 8 Uhr dass wir an unseren Lagergrenzen standen und Besoffene davon abhalten mussten alles was wir da hatten kurz und klein zu reißen das ist nicht schön sondern so ein bisschen steuern ich weiß die Leute lassen Geld da ich habe mich mit veranstaltern unterhalten mit sturzbesoffenen Leuten die wir da hatten die wir mit 3-4 Mann festgehalten haben nach dem Motto kannst du mal die Polizei rufen den vom Platz werfen ja nö wenn der sich gleich beruhigt hat der gibt bestimmt noch mehr Geld aus der wird noch weiter saufen der ist noch nicht abgefüllt und das war heute für mich einfach so ein Grund zu sagen ok cool dann baue ich jetzt ab und gehe ist mir egal ob Samstag Mittag ist ja und ein ganz großes Thema was viele Veranstalter mittlerweile machen und was immer wieder zu großem Streit und großen Tränen führt ist das Thema Waffen auf dem Veranstaltungsgelände zum einen wird das Waffenrecht immer weiter verschärft und auch das bestehende Waffenrecht mehr und mehr tatsächlich durchgesetzt einige Dinge die auf Mittelalter Veranstaltungen Usus sind sind nicht so ganz legal nein ein scharfes Schwert mit sich auf einem Volksfest zu führen hat als Besucher zudem hat nichts mit Brauchtumspflege zu tun und ist nicht legal ja das Thema Waffen mit sich schleppen auf unserem perfekten Mittelalter Markt sind Mario und ich uns relativ einig für Besucher keine Stahlwaffen einfach gar nicht weil ich kann nicht kontrollieren wer da auf meinen Platz kommt und das ist jetzt durchaus nicht nur von oben herab auf andere geblickt ich würde mich mit 17 Jahren als ich mit diesem Hobby angefangen habe heute nicht auf einem Markt haben wollen den ich organisiere wir waren hormonell überversorgte Teenager die mit Stahlwaffen rumgefuchtelt haben und die das super cool fanden sich einfach irgendwo auf dem Weg wo gerade mal zwei Meter Platz in jede Richtung waren ungelenk unsere Stahlwaffen um die Ohren und gegeneinander zu hauen während Leute versuchten an uns vorbeizukommen wir waren ziemliche Arschlöcher und das möchte ich nicht haben zumal mit der Situation Oh cool und an die Leute wird dann Alkohol ausgeschenkt scharfe Waffen schon mal gar nicht aber selbst stumpfe würde ich einfach nicht auf den Platz lassen zumal und da bin ich jetzt einfach zum Abschluss doch ein bisschen gemein gerade die Leute nicht die Leute die überhaupt Waffen zu ihrer Klamotte tragen auf Veranstaltungen das meine ich nicht aber gerade die Leute die richtig richtig aggressiv werden wenn eine Veranstaltung im Vorfeld ankündigt dass Besucher bitte ohne Waffen kommen sollen und die dann richtig anfangen mit von euch lasse ich mir gar nichts verbieten lasst mich von euch einschränken das gehört dazu es sind halt genau die Leute die ich eigentlich gerne von meiner Veranstaltung fernhalten möchte so ganz allgemein von daher ja habt irgendwelche anderen Deko Stücke dabei Mario du kennst einen Hersteller der Dolche und ähnliche Waffen aus Holz fertigt und die quasi in die Scheide einklebt wenn du mir das richtig erklärt hast dass man die quasi nur als Deko Stück hängen hat aber noch nicht mal wirklich ziehen kann genau also du kannst du kannst das also als Beispiel Schwert habe ich bei dem noch nicht gesehen aber mag vielleicht auch möglich sein das Ding ist aus Holz und der baut da auch eine Lederscheide für und diese Lederscheide wird aber halt eben an das Holz geklebt weil das Ding ist sowieso nicht zum ziehen da weil ist halt ja kein Metall Teil aber wenn das hängt und wenn das am Gürtel befestigt ist und so weiter dann ist das tatsächlich sehr täuschend echt du musst schon echt nah rangehen und es dir genau angucken um zu sehen hier das ist nicht ist keine echte Waffe ist kein echter Dolch also von daher sowas ist ja hervorragend benutzt das dann wird auch keiner euch irgendwie aufhalten und sagen Waffen geht nicht weil dann könnt ihr sagen ja ist halt keine kann man nicht ziehen ist halt aus Holz ne und dann wird das alles auch kein Thema sein ich kenne das halt zum Beispiel auch von Anime Comic oder Videospiel Conventions alles wo sich Cosplayer regelmäßig treffen da ist es auf den meisten Cons halt auch so die sagen ja irgendwelcher Schaumstoff oder Pappmaché Krempel ist okay aber keine echten Waffen auch nicht wenn stumpf und natürlich ist uns bewusst dass es durchaus ein kleines du einen Händler hast der Stahlwaffen verkauft weil na klar du lässt jetzt den Besucher nicht mit Stahlwaffe aufs Gelände und der geht zum Händler und kauft sich eine aber auch da gibt es halt eben Möglichkeiten zum Beispiel halt eben zu sagen pass auf ich verkaufe dir das Ding ich stelle den Händler mit den Stahlwaffen irgendwo in die Nähe vom Eingang als Beispiel und der Händler sagt dir ich verkaufe dir das Ding gar kein Thema der Händler soll ja verkaufen bring es bitte eben direkt zum Auto und kann im Zweifelsfall mit Winken der Security am Eingang Bescheid geben hier habe ich gerade was wenn der Besucher nicht macht von sich aus hier ich habe gerade einen Dude der will seine Waffe nicht zum Auto bringen sein Schwert nicht zum Auto bringen so also auch da gibt es Möglichkeiten für aber ich verstehe durchaus dieses Spannungsfeld dazwischen zu sagen ich lasse einen nicht mit Waffe drauf verkauf es aber auf der Veranstaltung aber auch da gibt es Lösungen für oder was ich auch gesehen habe der Besucher kriegt eine Marke und kriegt gesagt so das Schwert ist jetzt deins ich packe hier eine Marke dran du kriegst die mit derselben Nummer drauf wenn du gehst kannst du es mitnehmen oder sonst was oder auf der Re-Nactor Messe in Minden war es lange Zeit so dann hast du das Schwert halt in genug Pappe und Folie gewickelt gekriegt dass das nicht mehr effektiv als Waffe zu benutzen war weil das einfach nur so ein großes Paket war und hast das auch nur in Form ja aber vom Prinzip glaube ich nähern wir uns gerade so ziemlich dem Ende die Punkte die wir vorher mal so grob durchgesprochen haben ihr wisst unsere Podcasts sind nie geskriptet wenn uns irgendwas einfällt dann erzählen wir das halt aber wir machen uns natürlich vorher immer mal so ein paar Gedanken in welche Richtung soll es denn so grob gehen und ich glaube das meiste haben wir davon entsprechend besprochen was mir noch mal wichtig ist hier an der Stelle zu sagen wie gesagt es ist keine Kritik an bestehenden Mittelalter Märkten sondern es ist mal so das Konzept was würden wir uns für unseren perfekten Mittelalter Markt wünschen schreibt uns doch auch das finden wir immer mal wieder spannend und können wir gerne mal in den Kommentaren darüber diskutieren bei dem einen oder anderen wenn ihr andere Meinungen zu habt freuen wir uns sehr drüber und wer weiß wenn genug zusammenkommt an Ideen und an Vorschlägen und uns vielleicht auch im Nachhinein noch genug einfällt gibt es vielleicht nochmal eine Folge 2 auch das genau das ja und ansonsten bleibt mir an der Stelle nur noch das Obligatorische zu sagen nämlich vielen lieben Dank auch heute wieder dass ihr bis hier hindurch gehalten habt und unseren Ausschweifungen zugehört habt und wenn euch das Ganze gefallen hat kommentiert das Ganze liked das Video folgt unserem Kanal und ja bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiederhören Tschüssi Tschüssi